Brief Nr. 29 von Nicolas Pomelo an Ernesto Pomelo Insel Paidonesien, 24. August des paidonesischen Jahres 1 Lieber Papa, keine Sorge, wir haben alles unter Kontrolle. Das mit dem Regen und den Hurricanes haben uns die Fischer schon gesagt. Scheint halb so wild zu sein. Außerdem ist unser Gebäude auch erdbeben- und sturmsicher und alles, was man sonst noch so an Sicherheit sein kann. Es dauert noch, bis es fertig ist. Aber wir sind ja nicht doof. Der Architekt macht uns bis Ende August die ersten 50 Stockwerke fertig. Dann haben wir was zum Unterstellen, wenn es regnet. Wir sind jetzt nämlich fast 5000 Kinder. Genau. Küsschen, dein Nicolas.